willkommen zurück zur weiteren folge mankauf diese folge 695 ja wir sind ein bisschen so dabei und bisschen deko technik hier reinzubringen wir gucken mal gerade das haben wir denn so gemacht das haben wir gemacht okay drei ketten haben noch mehr ich wollte schon sagen so wir gehen mal hier so rüber und setzen den zweiten block so und so ja das passt weil wir müssen ja nicht überall müssen wir nicht gleich haben das gut nee nee so wir müssen ja nicht überall den selben abstand haben so und hier können wir mal einst tiefer gehen genau hier wieder so und die wieder normal und hier mal einst tiefer genau weil hier sind dunkel und zwar werden wir dann theoretisch gesehen also 1 2 3 4 5 das heißt wir machen den da hin so und können wir hier auch spiegelverkehrt auch mal hier können wir sogar aussehen mal ja ich hoffe mal dass jetzt gleich die items alle durchrutschen und dass ich da jetzt den trichter weg kaputt mache nee das nicht das nicht wir sind auch mit dem liefer 1 zu tief so so dann dürfte auch wahrscheinlich nichts passieren so wenn wir jetzt sagen wir schmeißen hier mal zwei einmal rein dann dürften die doch theoretisch gesehen unten ankommen sehr gut das passt das geht jetzt die frage da ist ein zombie was geht hier ab ja naja die müssen wir mal abbauen demnächst können wir auch mal gerade hier anschmeißen die sagen so und da legen wir uns mal ganz kurz ins bettchen wunderbar schön so halb genau das hier können wir auch alles zu bauen ich weiß jetzt gar nicht hoffe man nicht dass ich hier drauf so ein bisschen bauen können wenn wir das so zu bauen würden da können wir auch gerade erst mal hier mit blöcken zu bauen wir gucken uns das jetzt hat man hier an so ohne so wird das dann aussehen ja gut das ist nicht verhinderbar dass man hier nur sieht das ist so aber wir können das echt so machen hier machen wir es dunkel genau und können dann hier einmal mit den nicht vorhandenen briks die wir haben wobei da sogar haben wir keine ketten mehr ok in die andere richtung einmal rüber laufen so und dann können wir uns noch mal ein paar briks holen super aber wir hätten doch ja werden sogar eine schlanker box dabei la 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 weiss nicht mehr davon wir fangen auch gerade hier vorne an und dann kann man nämlich an den weg oder machen wir zuerst den den weg weil ich sag ja ist eigentlich egal müssen sowieso hässlich hinbauen von daher von daher spielt das gar keine rolle ob wir das jetzt so hässlich machen oder nicht hier müssen wir sowieso gucken dass wir den dann noch weiter nach hinten ziehen also den da darüber und perfekt so und hier sind wir dann auch auf dieser höhe so 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 an die wir müssen wenn dann schon einmal komplett zu ball wenn dann einmal komplett die schon wieder ein stack weg an der war bestimmt nur angefangener stack so 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 nein 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 das falsch das falsch so der nord da rein genau und da können wir die nächste seite machen so da sind ja jedes mal ein stack quasi den wir da hin platz sehen sehr schön sehr schön schön 1 2 3 genau hier wieder super 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 so 1 2 3 wir haben das auch so und den und dann hier den letzten noch wunderbar sagt damit die ersten zwei gänge durch die ersten zwei sind durch und jetzt geht es noch weiter mit den nächsten nächsten sechs stück mit den nächsten sechs stück so und dann hier die sachen auch noch wunderbar und hier zurück das haben wir noch gar nicht mehr so viele soja die werden jetzt wahrscheinlich ins overflow lager reingeschoben aber das egal das ist egal wir werden einmal das so wieder zu bauen wunderbar so und dann die letzten noch und dann der vierte gang der vierte gang der vierte gang so und dann müssen wir gleich abhauen egal so sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön hier alles wieder zu bauen und perfekt das nächste hier gehen wir einmal zurück ach keine blöcke mehr keine blöcke mehr das gibt es nicht ne einen brauchen wir noch einen brauchen wir noch hier für die blöcke super 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 easy so und dann die treppen die treppen die treppen die treppen die treppen die treppen und die letzte treppe noch so dann wäre da auch der vierte gang fertig das war aber cool geflogen das war aber cool geflogen und hier wird jetzt auch alles dunkel gemacht so super 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 haben wir noch treppen hier haben wir nicht das heißt wir müssen wo kommst du denn her ist auch gar keine spawnfläche es darf doch gar keiner spawnen hier was geht ab man darf doch gar kein Skelett hier spawnen naja gut ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es gefallt dann lasst du eine positive Bewertung oder ein Abo und bis denn ciao lol